Beim Erstgespräch, oft auch förderdiagnostisches Untersuchungsgespräch genannt, handelt es sich um ein erstes, gelenktes, erkundendes Gespräch zwischen dem Klienten und einer Person, die beratend tätig ist, zum Beispiel einem Sonder- oder Heilpädagogen, Sozialarbeiter oder Psychologen. Dabei geht es um die Gewinnung von Kenntnissen aus der Geschichte, dem gegenwärtigen Leben, der Umwelt und der Erlebniswelt des Kindes oder Jugendlichen und seiner Familie. Außerdem ist es Vorbereitung eines Arbeitsbündnisses zwischen dem Kind oder Jugendlichen und der beratenden Person. Das Erstgespräch dient der Kontaktaufnahme, dem beiderseitigen Kennenlernen und dem Aufbau eines Vertrauensverhältnisses. Es kann ein erster Überblick bezüglich der jeweiligen Situation der betroffenen Person gewonnen, sowie Schwierigkeiten, die zwar thematisiert, jedoch nicht gelöst werden, aufgezeigt werden. Erstgespräche können angeordnet oder auf freiwilliger Basis eingegangen werden. Die Entwicklung und der Förderbedarf, die Erziehungsschul- oder Freizeitsituation können als mögliche Themen in der Personen-Umwelt-Analyse eine Rolle spielen. Ein Erstgespräch ist meist in eine Vorbereitung, eine Einleitung und eine Explorations- und Konstruktionsphase mit anschließender Abklärung und dem Abschluss des Gesprächs strukturiert. Insgesamt wird sich sowohl mit der Vergangenheit als auch der Gegenwart der betreffenden Person beschäftigt. Die beratende Person sollte nicht als Problemlöser auftreten, sondern die Darstellung des Problems in den Mittelpunkt stellen. Der Berater sollte konkrete Fragen stellen und Gefühle ansprechen sowie aktiv zuhören. Die betreffende Person soll in die Lage versetzt werden, selbst Veränderungen herbeizuführen. Anamnese bezeichnet die Erfassung der Biografie des Menschen, bei der es nicht um das Erkennen von Problemen und Schwierigkeiten geht, sondern um eine Beschreibung des gesamten Entwicklungsverlaufes. Informationen zum biografischen Hintergrund, also der Vorgeschichte der betroffenen Person, sollen erhalten werden, frühere oder gegenwärtige Verhaltensweisen und Erfahrungen in ihrem sozialen Umfeld erfasst werden. Die beratende Person kommt dadurch in Begegnung und Kontakt mit den zum Beispiel ratsuchenden Eltern. Die Anamnese fördert gegebenenfalls eine Vertrauensbasis zwischen der betroffenen Person und der Lehrkraft. Die Lehrkraft lernt die Kompetenzen und Schwierigkeiten der Familie oder des Kindes kennen und erhält ein detailliertes Bild von der Entwicklung und Persönlichkeitsstruktur des Kindes. Das geschieht anhand seiner gesamten Biografie und den aktuellen Verhaltensweisen. Es ist ein Einblick in die aktuelle Lebensumwelt des Kindes. Eine Eigenanamnese beruht auf Angaben, die die betroffene Person selber macht. Eine Fremdanamnese wird in einem Gespräch mit einer zentralen Bezugsperson wie den Eltern oder einer Heimleitung durchgeführt, wenn gesammelte Daten nicht ergründbar sind bzw. nicht ausreichend erscheinen, zum Beispiel aufgrund des Alters des Kindes oder Verzerrung von Darstellungen. Für eine sinnvolle Gestaltung der Anamnese sollte auf eine systematische Vorgehensweise, die Überprüfung, Ergänzung und Verfeinerung von Daten und auf eine positive Beziehung in Form von Empathie, Konkurrenz und Wertschätzung geachtet werden. Im Vorhinein sollte auch die zweckmäßige Verwendung der gesammelten Informationen, die Dauer der Anamnese und die Wahl eines passenden Erhebungsmittels, wie beispielsweise eines Fragebogens oder Gesprächs festgelegt worden sein. Die Anamnese berücksichtigt zum einen die aktuelle familiäre Lebenssituation und die bisherige Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen inklusive Besonderheiten sowie entwicklungsförderliche und hemmende Faktoren. Dazu zählen die familiäre Situation, bisherige Entwicklungsbesonderheiten sowie das familiäre und soziale Umfeld. Die Anamnese beinhaltet des Weiteren kulturell wirtschaftliche und sozial bedeutsame Aspekte in ihren Auswirkungen auf Erleben und Verhalten. Zum anderen umfasst sie auch pädagogische Situation und das schulische Umfeld inklusive Unterstützungsmöglichkeiten und Notwendigkeiten sowie Veränderungsalternativen. Ein Leitfaden kann eingeteilt werden in die Ausgangssituation, in der Daten zur Person, zur Wohnsituation, wirtschaftlichen Verhältnissen und Bildungsstand sowie dem Anlass festgehalten werden. Darauf folgt die Bio- und Psychogenese, die Entwicklungsgeschichte. Es werden Angaben zu Säuglings-, Kleinkind-, Vorschul- und Schulalter sowie der Pubertät und Gegenwart gemacht. Gegebenenfalls werden Aussagen über das Familienklima, Werte, das Selbstkonzept der betroffenen Personen sowie über Interessen, Neigungen, Fähigkeiten, Wünsche und Ressourcen gegeben. Anschließend werden aktuelle und vergangene körperliche Beschwerden sowie medizinische Aspekte dokumentiert und es kommt zur Beschreibung des konkreten Anliegens, dem Vorstellungsgrund. Des Weiteren sollten auch familiäre Hintergründe der Eltern, Beziehungen inner- und außerhalb der Familie sowie Ziele, Wünsche und Zukunftsperspektiven festgehalten werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017